Spitzleiter Borussia Dortmund hat durch das 5-1 gegen Hannover 96 in der Bundesliga für eine Vereins-Bessmark nach 19 Spielen gesorgt Bildergalerie Bundesliga, Torjäger der Saison 2018-1928 bildet durch seinen 15 Saisonsieg verbesserte sich der BVB auf 48 Punkte, nur beim 0-0 im Händspiel in Hannover, 2 Spieltag, beim 1-1 bei der TSG Hoffenheim, 4. Spieltag, beim 2-2 gegen Hertha BSC, 9 Spieltag, sowie bei der bislang einzigen Liga-Niederlage beim 1-2 bei Fortuna Düsseldorf, 16 Spieltag, ließen die Dortmunder bisher Punkte liegen. Der Check24-Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr live im TV und Stream auf Sport1U A. Mit Sebastian Kiel Anzeige Wupp übertrifft meiste Team von Klopp In der meiste Saison 2010-11 hatten die Westfalen zum selben Zeitpunkt nur 47 Zähler auf ihrem Konto Damals hatten sie unter Trainer Jürgen Klopp direkt zum Saisonstart mit 0-2 gegen Leverkusen verloren, beim 1-1 gegen die TSG Hoffenheim, 9 Spieltag, zwei Punkte liegen lassen und zudem eine 0-1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt, 17 Spieltag, kassiert. In Sachen Torverhältnis hat das aktuelle BVB-Team ebenfalls hochdünn die Nase vorn Spieltag, 2010-11 standen die Schwarz-Gelben nach dem 19 Spieltag bei 43 zu 12 Toren, aktuell ist die Tordifferenz zwar dieselbe plus 31, dank der spektakulären Offensive um Marco Reus hat das Team von Lucia Favreau aber bereits 50 Treffer bei nur 19 Gegentoren erzielt Beste Torschützen der Dortmunder vor 8 Jahren waren Lukas Barrios und Shinji Kagawa, jeweils 8, in der aktuellen Saison stehen Reus und Edel-Joker Paco Alkaka bereits bei jeweils 12 Toren Gegen Hannover sorgten gleich fünf unterschiedliche Spieler für die BVB-Tore, Aschraf Hakimi, 24 Reus, 60ster, Mario Götze, 62ster, Raphael Geheru, 67ster, und Axel Witsel, 90ster, trafen gegen den Tabellenverletzten, der lediglich zum Ehrentreffer durch den ehemaligen Dortmunder Marvin Baka Lortz, 86 Kam! Ein besonderer Tag war es für Reus und Götze, zum ersten Mal seit dem 19. Januar 2013 trafen die beiden Kumpel wieder gemeinsam in einem Bundesligaspiel Töne